Thema Eltern und Kinder Wohnen Wo wohnen ihre Eltern? Meine Eltern wohnen in Bangkok. Der Kindergarten Sind ihre Kinder in der Schule oder im Kindergarten? Meine Kinder sind noch im Kindergarten. Meine Kinder sind schon in der Schule. Das Mädchen Haben sie einen Jungen oder ein Mädchen? Ich habe einen Jungen. Der Beruf Was sind ihre Eltern von Beruf? Mein Vater ist Polizist. Meine Mutter ist Krankenschwester. Das Deutsch Können ihre Eltern Deutsch sprechen? Ja, können sie. Nein, können sie nicht. Das Alther Wie alt ist ihr Sohn? Mein Sohn ist neun Monate alt. Nein, können sie nicht. Wo wohnen ihre Eltern? Meine Eltern wohnen in Bangkok. Sind ihre Kinder in der Schule oder im Kindergarten? Meine Kinder sind noch im Kindergarten. Meine Kinder sind schon in der Schule. Haben sie einen Jungen oder ein Mädchen? Ich habe einen Jungen. Was sind ihre Eltern von Beruf? Mein Vater ist Polizist. Meine Mutter ist Krankenschwester. Können ihre Eltern Deutsch sprechen? Ja, können sie. Nein, können sie nicht. Wie alt ist ihr Sohn? Mein Sohn ist neun Monate alt. Wie alt ist mein Vater? Wie alt? Ich habegio, wenn Sie nicht.